Ich schwanke gerade zwischen Pink und Rihanna. Ich fand die Show von Pink super toll. Und Rihanna war für mich ein Highlight, weil ich weiß, dass meine Tochter gestorben ist vor Aufregung. Und ich bin jetzt ganz neugierig, ob sie es geschafft hat, sie zu treffen für ein Foto. Ich suche gerade meine Tochter. Sie sind ja in Pink auch ein bisschen näher angerutscht deshalb, ne? Aber ja, ich habe hier ein bisschen Schminke von Pink. Wochenlang kein Waschlein, die ist cool. Die ist eine tolle Frau, die hat natürlich diese unglaubliche Kraft und Athletik und ist dann aber gleichzeitig klein, zierlich und eine ganz zarte Person. Und ja, und das ist die Kraft, die wir Frauen mitbringen, das beides zu vereinen. Und, ähm... Ach, das sind meine. Die sind auch mir zu groß. Das ist meine, das sind die Männer. Die sind mir zu groß. Ich bin schon auf der Bühne fast aus den Pantinen gekippt beim Rauskommen. Naja, das ist das Problem, wenn man am gleichen Tag Schuhe kauft und denkt, die müssen es sein, aber naja. Ich kenne das. Und wie war es denn, Sie haben sich bei Ihrer Wette voll ins Zeug gelegt und gleich auch noch gegolft? Ja, ich habe es versucht, aber ich habe auch tatsächlich so bescheiden auf den Ball geschlagen, dass man sah, dass ich es nicht wirklich beherrsche. Leider. Herr Lanz, als Chippendale, wie fanden Sie das? Ja, er war etwas gehemmt, muss ich sagen. Er hat nur ganz kurz aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Ich hätte mir da etwas mehr erhofft. Danke. Vielen Dank.